Am gestrigen Vormittag fand das vierte Wintertreffen in Gura statt. Bis zum Mittag fanden sich 120 Fahrzeuge am Dorfteich ein. Vor vier Jahren fand das erste Wintertreffen mit 20 Fahrzeugen statt. Eingeladen waren Schlepper von Jung bis Alt und Oldtimer aller Art, darunter auch Fahrzeuge der Marke Eigenbau. Jeder, der so ein Fahrzeug besitzt, konnte ohne Voranmeldung kostenfrei daran teilnehmen. Selbst für die Zuschauer gab es keine Eintrittspreise. Die weiteste Anreise hatten Gäste aus Guben in Brandenburg mit zwei Traktoren. Organisiert wird das Treffen durch die Schlepperfreunde Gura, die aus insgesamt 40 freiwilligen Helfern bestehen. Finanziert wird die Veranstaltung durch die Schlepperfreunde und zahlreiche Sponsoren, die sich unter anderem mit Sachpreisen für das Glücksrad und Materialien für die Veranstaltung beteiligten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Veranstaltung des ZDF für funk, 2017 und bei dualen Elemente Schlepper waren DbrandungsinciES. Schnittlich im Nach ausget juriert der Schle backups